Im Erstgespräch ist es uns besonders wichtig, dass wir erstmal Ihre Ziele kennenlernen. Was wollen Sie mit Ihrem Social Media Marketing eigentlich erreichen und auf welchen Plattformen möchten Sie in Zukunft als Unternehmen dann auch präsent sein? In dieser Phase entwickeln wir Strategien und Maßnahmen, um Ihr Social Media Marketing erfolgreich zu machen. Und dann geht es bei uns auch schon in die Produktion. Hier werden Videos, Social Media Clips, Fotos oder auch Texte produziert und diese gießen wir in der Produktionsphase in einen Mediaplan. Dieser Mediaplan, den finden Sie jederzeit online, der ist individuell auf Sie zugeschnitten und hier behalten Sie im Grunde die komplette Kontrolle über Ihr Social Media Management. Wir posten das dann für Sie, analysieren das und spielen es dadurch auch dezidiert aus. Und last but not least gibt es dann auch bei uns einen Report und zwar immer am Ende jeden Monats. Und hier gehen wir dann auf alle Inhalte und Beiträge ein, die wir über Ihre Social Media Plattform ausgespielt haben, so dass Sie im Grunde genau wissen, was wir da getan haben und was besonders erfolgreich war. Unternehmen, die sich für Social Media Marketing interessieren und mit unserer Full Service Agentur in Kontakt treten wollen, brauchen einfach nur bei uns im Büro anrufen oder eine Mail an uns schicken. Wir melden uns dann bei Ihnen für ein kostenloses Kennenlernen und Erstgespräch.